So, hier lang. Hier rauf, rechts nach oben, dann den Spack hier vorbei und geradeaus. Jawoll, jetzt sind wir auch gleich da. Ah, da ist er ja. Nein, spring nicht runter. Jetzt kommen wir all dich. Meine Fresse. Ha, Elio, was ist jenseits der Wüste? Fragt sich der Junge und reißt er ab. Neigt zu Überreaktionen. Fragt sich der Junge und reißt. Das war's für heute. Boah, Alter! Alter! So! Endlich! Mein Gott, die Mutter muss man stören! Oh mein Gott, er fliegt runter! Und down. So, Cerith, wir sehen uns dann gleich. So, den haben wir jetzt auch noch eingesetzt. Freile stellt sich immer nach hinten. Fort für eine Weile. Da ist er ja! Schlecht sich immer und merkt dann Leute heran. Ist hinterlistig. So. Mal gucken. Ach so! Geil! Gut, dass mir das auch jemand sagt. Ach so! Okay. Mal schauen. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ich raff den Tüten nicht. Da komm ich nicht mit! Ich raff da! Ich raff den Tüten nicht. Ich raff den Tüten nicht nur noch nichts zu machen. Wuuu! Piks, Piks, Stahlpiks Na, süß So Jetzt haben wir auch alle So, der lahme Turm geht Wasser holen Fort für alle Wege Okay Jetzt können wir überspringen Ja, ja, ja Hau rein So Jetzt sind wir fertig Jetzt hat sich der Sandsturm gelegt Und wir können nun endlich da unten rein Ah, da ist eine Schattestruhe Mit dem Venus-Siegel, das wir gesucht haben Und das ist auch noch eine Kiste Je nachdem, wie viel Spheroiden wir bekommen haben Wir haben in dem Fall jetzt, glaube ich, sieben bekommen Also Haben wir ein Final Elixier bekommen Ich glaube, schon bei 8 hat man einen Freunds-Feroiden bekommen Aber ist jetzt egal Wir haben nun alle Siegel Jetzt brauchen wir nur noch die Solaris-Waffe für Riku Also müssen wir jetzt erstmal an Bord Unter des Flugschärfes So 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 Ja zum flugschiff jawohl mit ihr noch nicht so mit jetzt müssen wir ein passwort eingeben eingeben und zwar G O T T E S H A N D die Gottes Hand Fungustal da wollen wir hin da ist auch die Solaris Laufel für Riku so dann geht hier rein und hier ist eine Kiste so Lagespiegel benutzen ok da ist sie ja haha Gottes Hand erhalten perfekt so wir sehen uns dann im nächsten Part wo wir dann alle Solaris Laufel äh Waffen zamm schmieden bis dann